Hey Leute, was geht? Der Herr Jetta ist angekommen mit einem Patch-Preview und wie ihr wisst, kommen so circa 90% dieser Sachen auch wirklich auf live. Ich habe mir das Preview ohne die Nummern, ich glaube vor zwei Tagen angeguckt oder war das gestern, bin ich mir gerade auch nicht ganz sicher. Ich mag den Patch, also die Ideen, die Riot grundsätzlich hat, mag ich wirklich sehr. Das ist ein Patch, wo ich mit 90% zustande, bei 10% sage ich, okay, kann ich verstehen, würde ich vielleicht nicht unbedingt machen, aber whatever. Aber sehr schöner Patch und wir gehen das Ganze auch eben einmal durch. Drei Items wären genutzt, einmal der Essence Reaver, Leute, kostet 100 Gold weniger, gibt euch dafür 10 AD weniger. Essence Reaver war unglaublich busted, die Base Stats sind zu gut gewesen, die Mana Passive war drauf geschissen, dass der Sheen-Effekt scaled mit AD, er war zu billig für das, was er gemacht hat, das hier ist ein Nerf, wer hätte es gedacht, ja. Wenn man sich das Item holt, natürlich wird es immer noch ein gutes Item sein, es wird aber das Item um einiges schwächer machen, wenn man es sich als zweites holt, ja. Als viertes Item als Beispiel ist es immer noch sehr nice, weil, wie gesagt, der Sheen-Effekt scaled mit der AD, wenn wir es uns als viertes Item holen, wird unsere AD auch nochmal höher sein zu dem Zeitpunkt, ja. Lord Dominix Regards, 100 Gold teurer, 5 AD weniger. Ähm, das ist eine Item-Kombi-Kombo, die sich sehr gerne Rengar-Spieler auch geholt haben, wird jetzt hier auch ein bisschen härter gebufft, äh, genervt meine ich eher. Ähm, Lord Dominix ist zu stark, es ist straight up zu, es ist so billig, für das, was es euch an Stats gibt, das ist insane, dieser Nerf wird ein Scheißwert sein. Klar, es ist ein Nerf, 5 AD weniger. Leute, nicht vergessen, das sind hier 5 AD weniger, das sind hier 10 AD weniger, ja. Ähm, für dieselbe, äh, Preiserhöhung. Ähm, ne, warte mal. Ne, hier wird's ein bisschen billiger, ne, aber hier wird's halt ein bisschen teurer. Ähm, aber das Item ist immer noch mega stark. Zweites Item, könnt ihr euch das immer noch holen. Unglaublich gut. Siehe, ein sehr schönerer Nerf. Everfrost ist ein Item, ich mag die neuen Mythics gar nicht, Leute. Also ich muss echt sagen, am Anfang hat sich das cool angehört. Ich finde, Mythics sind so wie Runen, es wird immer das Abuse, wer die besten Mythics kaufen kann. Quasi. Ja, das Item wird jetzt bis vorhin genommen, 25 Base Damage weniger, saftiger Nerf im Early Game. Ähm, dazu nochmal 5% weniger AP Scaling, saftiger Nerf im Late Game. Und der Cooleound geht hoch, was gerade in Drawn-Out, Front-to-Back-Fights, sehr, sehr viel ausmacht, weil man da teilweise das Item zweimal aktivieren konnte, äh, jetzt nicht mehr unbedingt. Guter Nerf, ne, finde ich, finde ich nice. Buffs, der Regel, das Grudge, 200 Gold, äh, billiger, ist nice, wenn man sich das Item holen möchte, aber fast niemand holt sich das Item. Like, like, das, weiß ich nicht, ich kann mir immer noch Lord Dominix holen, und wenn ich eine Assassin bin, die pennen möchte, like, an welchem Moment will ich Penn haben? Vielleicht erst mega spät im Game, grundsätzlich ist dieses Item Müll. Ich will nicht sagen, dass sich niemand dieses Item kauft, ne, aber dieses Item 200 Gold billiger zu machen, wird nicht das Problem fixen. Die Champions, die dieses Item wollen, wollen es meistens mega spät haben, bis dann ist das Game schon zu Ende, dann braucht der Gegner überhaupt erstmal einen Tank, so richtig. Lord Dominix kannst du immer holen. Lord Dominix ist... Einfach zu gut im Vergleich. Netter Buff, Leute, so ist es nicht, ne, keine Ahnung, wenn ihr Talon spielt, wenn ihr Karsing spielt, es ist natürlich immer nice, ähm, aber das sind so ein paar Outliner, sonst Müll-Item. Trinity Force, das hier ist ein sehr interessanter Change. Es ist für einige Champions ein Nerf, für andere ist es ein Buff. Ähm, Trinity Force wird immer noch bad sein. Ja, Trinity Force wird straight up als Mythic immer noch bad sein. Es gibt, wie gesagt, immer einige Champions, die werden es sich trotzdem gerne holen, für die ist es nice. Ähm, was für die Fehler? 10 AD mehr, super Buff. 5% Attack Speed weniger, super Nerf, ne. Im Vergleich, ich nehme lieber 10 AD mehr an, als 5% Attack Speed. Generell gesehen, für Irile, als Beispiel wäre das jetzt ein Nerf, ne, weil wir siehst, Attack Speed geiler. So. Die Passive stackt jetzt auf Tauern. Super Change. Super Change, weil er erhöht eure Base AD, dadurch macht Sheen mehr Damage. Und, äh, Trinity hat 200% Sheen Scaling. Mythic Passive wird verändert von 10% Attack Speed auf 3 AD, 3 Movement Speed und 3 Haste. Super. Ist wirklich super. Aber, ist wirklich, wirklich, wirklich super. Wie gesagt, für einige Champions ist es enough, für andere ist es buff. Also, sowas wie Camille, ähm, kann dieses Item immer noch super benutzen. Yorick, der im selben Patch gebuff wird, kann das Item super benutzen. Ähm, ist fein. Ist wirklich fein. Ich find's nicht bad. 3 Movement Speed ist allein schon voll viel wert. Also, hört sich vielleicht jetzt nicht so an, aber macht wirklich viel aus. Item Adjustment, Leute. Turbo Champ, ich geb dich weniger Movement Speeds. Load dafür stärker. Find ich fein. Bei Champ Tech ist mehr das Problem, dass die Champions so rankommen, nicht, dass sie dran bleiben. Ja, das ist, das ist super, super Change. Uli hat 2 Base AD weniger. Ich finde, das hier ist Placebo. Ein Champion 2 Base AD weniger, äh, äh, 2 oder 3 Base AD wegzunehmen, ist in der Regel ein riesen Nerf. Da sind wir ehrlich. Ähm, wird im Early Game auch gut was ausmachen, weil Uli hat in der Regel auch Level 1 Tiger skillt. Und ich glaube, Tiger hat 200% AD Scaling oder so, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ich sag's mal so, ab Level 6 juckt das keine Sau. Ja, Uli autotankt viel. Da kann man denken, 2 Base AD macht viel aus. Aber das, was Uli eher schlimm macht, ist sein Phönix. Und da ist die Base AD. Jacke wie Hose. Ich denke nicht, dass dieser Nerf viel ausmacht. Klar, also dieser Nerf alleine macht nicht viel aus. In Kombination mit dem Turbo Champ Tech Change kann es sehr, sehr gut was ausmachen. Aber das hier selbst, ne, das mal stellen die. Hack Room, Leute, 15%, ne, 10% weniger, maximaler Movement Speed. Nicht vergessen, im selben Patch wird ja auch Turbo Champ Tech technisch gesehen genervt für ihn. Von daher ist es okay. Diese Champions müssen nicht unbedingt so hart genervt werden, ne. Ähm, find ich fein. Ivan, Leute, weniger Damage auf der E. Ist okay. Ich seh Ivan eh nicht so viel. Ähm, deswegen kann ich das jetzt nicht so gut beeinflussen. Äh, äh, ich meine einschätzen. Aber du pickst dich einfach für den Damage. So, das ist nicht sein Job. Das ist ein Bonus, ist aber nicht sein Job. Rel, kürzere Stunt Ration auf der E. Ich fände nicht, dass das ihr Hauptproblem ist. Ähm, Rel ist zu gut gegen alles im Moment. Klar, es gibt Champions, die du gegen sie picken kannst. Aber was ich cooler finden würde, das hab ich auch schon mal gesagt. Angenommen, Rels Jump Range ist 500, äh, 500 Teemus, sag ich mal. Ich würde ihre Base Jump Range auf 300 senken. Also minus 200. Und je länger Rel gerade ausgeht, sammelt sie Stacks. Und wenn sie dann mit vollen Stacks springt, kann sie dann 600 Units weit springen oder so. Sodass sie nicht immer in der Lage ist, ähm, hier Instant zu engagen. Aber, I guess. Ich finde, das ist der falsche Approach. Thresh, Leute. Weniger Shield. 40 Shield weniger. Ähm, es gibt Thresh-Spieler, die maxen W als zweitens. Für dieses Nerf-Overall juckt's dann keine Sau. Also, juckt nicht. So, Games gehen meistens nicht so lange, dass ihr nach Level 14, ich glaube, erst auf 14 stellt man den ersten Punkt in die Fähigkeit rein, die man als letztens max, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, macht hier nicht so viel aus. Es sei denn, ihr seid jemand, der für den W max als zweitens geht, ne? Gerade in Kombination mit immobilen ADCs ist es sehr nice. Man maxt dann aber wenig als zweitens wegen dem Shield und eher wegen der Mobility. Aber es wird dann trotzdem ein Nerf sein. Äh, Alistar, Leute. Ein bisschen weniger Damage, ne? Äh, Q ist eine Fähigkeit, die Alistar als zweitens max, in der Regel ist es ein WQ E-Max. Ähm, dann kriegt er 20 Damage weniger fürs Early Game, aber an 1 schon 15 Damage weniger, ähm, wenn er eh benutzt. I mean, that's fine. Ich finde, Alistar ist, glaube ich, mehr so ein Pro-Play-Ding oder Mega-High-Elo-Ding. Ähm, ich denke nicht, dass dieser Nerf für Low-Elo-Relevanten ist. Es wird nicht den Grund enden, warum man Alistar pickt, ähm, aber es wird ihn halt ein bisschen abschwächen. Leute, Placebo-Nerf auf Kaiser, 20 Sekunden höher und cooler und auf der Ulti. Im Early Game nutzt ihr eure Ulti nicht so oft, dass er sagt, cool, 20 Sekunden weniger, würde es ihre Win-Rate senken. Klar würde es ihre Win-Rate ein bisschen senken, ähm, aber es wird nicht sein, yo, Digga, endlich, wir haben Kaiser gebalanced oder sowas. Tristana, 2 Base-AD weniger, macht hier viel mehr aus als bei Udia. Gerade auch, weil Tristana auf so Heavy-AD-scalende Burst-Kombos geht, ne? Gerade wenn, ihr müsst ja mal drüber nachdenken, ne? Sie gibt euch im Early Game 4 Hits, um ihre Bombe zu procken, 8 Damage weniger, weil sie 2 Base-AD schon weniger hat, 2x4. Und ihre Bombe scalt, ich weiß gar nicht, mit wie viel sie scalt, aber sie scalt heftigst mit AD. Ich glaube, 150% oder so machen wir bei 100%, ähm, ebenfalls 2 Damage weniger. So, ähm, wird es ihren Burst weniger stark machen? Auf jeden Fall. Ähm, wird sie immer noch gut sein? Ja. Also, diese, diese Nerfs nerfen keinen Champion so wirklich, ähm, also sie nerfen schon, aber es ist nicht, oh mein Gott, Digga, der Champion ist jetzt fein. Ich finde die Nerfs immer gut, ne? Ich finde immer, kleine Schritte für Nerfs sind immer besser, als große zu machen. Von daher, ich bin fein damit. Ich bin komplett fein damit. Ja, wobei ich einfach nicht ganz verstehen kann, aber Ivan ist so ein bisschen Outliner, ja? Champion Buffs, sehr interessant. Äh, Kindred 10% mehr, äh, Bonus-AD-Rage auf ihrer Q. Finde ich fein. 2 Sekunden weniger cool auf der E, ist fein. Jetzt muss man hier aber ein bisschen aufpassen. Wenn die Kindred snowballt, wird sie jetzt härter snowballen. Ähm, ich habe Kindred seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich denke aber, dass sie mit den, mit den Items und Co., die wir jetzt gerade haben, wirklich generell sehr gut dabei sein sollte, ne? Ähm, gerade nochmal durch, durch, durch diese, äh, AD-Buffs scale sie jetzt nochmal ein bisschen stärker. Das hier ist der beste Patch im ganzen Game. Wir sehen ein bisschen Yorick, Liebe. Ähm, und zwar kriegt er hier im Großen und Ganzen Quality-of-Life-Changes. Ja? Ähm, Misswalkers draw aggro to themselves when attacking. Ich glaube, damit ist Minion-Aggro... Äh, äh, äh... Ich weiß nicht genau, wie das hier gemeint ist, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, ziehen die nicht schon immer aggro, wenn die am Turm sind? Vielleicht irre ich mich da jetzt. Ich habe Yorick seit drei Jahren nicht mehr gesehen gefühlt. Ich glaube, die haben schon immer aggro gezogen. E-Mark-Champions continuously awaken Graves during the-the-Debuff. Yorick kriegt jetzt leichter Zugriff auf Gräber. Ne, wenn ihr vier Gude da habt, könnt ihr einfach, ähm, eine E auf den Gegner werfen. Nebenbei Lasted und erzeugt immer noch Gräber. Das hier könnte ein sehr starker Buff sein, weil es ein Early-Game-Massiv-Buff, denn Yorick muss sich in der Regel seine vier Gräber verdienen im Early-Game, sei denn er hat die Maiden. Ähm, hier kommt man wirklich sehr leicht an die Gräber ran. Aufpassen, ja? Und gerade mit den Trinity Force-Buffs macht das sehr, sehr viel aus. E-Mistwalkers, äh, E-Mistwalkers deal and attack when they leap. Ja, im Normalfall springen die Gude, greifen dann an. Jetzt macht der Sprung allein schon Damage ähnlich wie, wie bei Rengar. Ähm, leichter Access of Damage. Und das hier ist der krasseste Buff von allen. Ulti, Towers priorisieren die Maiden jetzt als letztens. Im Normalfall wurde die Maiden als erstens gefokust und die Maiden zerschmelzt Türme einfach. Unglaublich krass, ja? In Kombination mit den Trinity Force-Changes, ich bin mir ziemlich sicher, Leute, Yorick ist der beste Tower-Taker im Game. Yorick mit der Maiden sollte jetzt der beste Tower-Taker im Game sein. Weil die Maiden überlebt jetzt auch wirklich. Und es macht jetzt auch Sinn, Triforce zu gehen. Ja, ich, unglaublich dicker Change. Unglaublich dicker Change, ich gönne ihm, Leute. Ich gönne ihm. Baum, äh, zwei Sekunden weniger cooler auf der E. Ist tatsächlich sehr nice. Gerade auch in, 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 ähm, ab dem Mid-Game schon so in längeren Fights kann er hier wirklich sehr, sehr viel aus seinem Shield rausholen. Gerade nochmal in Kombination mit CDR. Aber was hier auch nice ist, ist der Change, Leute, der Ulti-Knocker. Geht von 1, von 1 bis 1,5 Sekunden auf 1 bis 2 Sekunden. Guter Brown-Play wird jetzt hier also nochmal belohnt. Finde ich, ist ein super Change. Finde ich, ist ein super Change. Yasuo bekommt Buffs. Und ich weiß, Leute, viele Leute mögen Yasuo nicht. Ähm, Yasuo ist aber momentan ein Budget. Yo, 0,8 AD mehr pro Level. Ähm, ich glaube, er braucht 12 Level-Ups. Oder so, warte mal. Mit 10 kriegt er 8. Doch, doch, 12 Level-Ups. Und er kriegt einen Longshot mehr. Also, ist ein kleiner Buff eigentlich. Ähm, aber... Gerade wenn er halt in der Lage ist, die ganze Zeit Orte-Qs zu machen, kann sich das schon hochstaken. Aber es macht nicht so viel aus, wie er wahrscheinlich denkt. Like, Young wird immer noch besser sein. Mordekaiser, like, 10% mehr Isolated-Q-Bonus-Damage. Leute, Mordekaiser leidet darunter, dass man Seekers genurvt hat. Ähm, er ist von sich aus nicht wirklich tanky genug. Seine ganze Itemization wurde in den Arsch gefickt, so ein klein wenig. Äh, like, der Champion is Dog, der Changer macht nix. Der, was du... Macht nix. Lysandra, Leute, ich freue mich über Lysandra Buffs. Es ist ein Champion, den ich lieb, lieb gerne spiele. Und wenn ich mich nicht irre, sollte... Hat da Lysandra immer ein klein wenig Damage gefehlt, dass sie Backline-Minist mit 2 Qs umbringen kann. Ähm, den sie hier jetzt auch bekommt. Nicht vergessen, Leute, es ist zwar 10 Damage, aber es ist eine Fähigkeit, die sie spammen kann. Was auf Dauer hier wirklich sehr, sehr, sehr viel ausmacht. Gerade auch in Bezug auf den Wave-Clear. Ähm, ich zocke momentan nicht viel League, aber ich hätte jetzt wieder einen Grund, mich öfters in der Midnight sehen zu lassen. Denn, äh, wenn sich an meine alten Tage ändert, äh, ich war eine der besten Lysandras auf EOS. Ich habe sie liebend gerne gespielt. Ähm, aber vielleicht zocke ich sie jetzt wieder. Ash, äh, Buff auf weh? Bisschen mehr Damage. Ist fine. Ist fine. Ne, macht ihr Pokey-Pokey etwas besser. But, äh, that's fine. Es wird nicht den Grunde Ende, warum ihr Ash pickt. Varus, Leute. Ähm, sehr schwierige Sache. Ich finde, wir haben hier einen Fall von, äh, bisschen Placebo. 0,4 AD mehr. I mean, das sind nach 10 Level-Ups. Also, wenn ihr Level 11 findet, 4 AD mehr. Ist das ein Buff? Ja, wird er viel ausmachen. Ich denke, weniger. Ich denke, weniger. Äh, am oben, Leute. Kuh-Mana-Kosten gehen ja massiv runter. 20 weniger. Ähm, was hier aber ein bisschen interessant ist, ist der Kulon-Change auf der E. Kann man mehr spammen. Macht das Early-Game hier nochmal um. Einiges besser. Finde ich overall hier völlig fair. Also, ich bin super fein mit dem Patch. Ich bin super fein mit dem Patch. Ähm, ich finde, Kinder könnte ein bisschen... Sollte mal ein bisschen aufpassen. Ja? Den Rest finde ich hier komplett fein. Oder ist Placebo. Aber hey, es ist Buffs, I guess. Bei den Nerfs finde ich fein. Ich, ich finde hier alles mehr oder weniger fein. Like, I don't know, man. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu gerne in die Kommentare reinschreiben. Ähm, ihr könnt gerne auch reinschreiben, was ihr denkt, wie man in diesem Patch nerven oder vielleicht auch noch buffen sollte. Und natürlich auch nochmal womit. Ähm, und dann wäre ich auch erstmal weg, Leute. Ich wünsche euch einen guten Tschö-Tschö. Hau dir rein. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.